Willkommen zurück. Heute ein Bericht über das Me&All Hotel in Ulm, direkt nähe des Bahnhofs und der Fußgängerzone gelegen. Direkt wenn man reinkommt, merkt man schon, dass es sehr stylisch eingerichtet ist. Es gibt auch keine klassische Rezeption, sondern eher einen Empfang. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Zimmer sind sehr modern und wirklich praktisch eingerichtet. Es gibt eigentlich alles, was man braucht und man hat sogar freie Getränke. Es ist einfach an alles gedacht, auch sowas wie eine induktive Ladestation oder freien Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020 In der Dusche gibt es natürlich auch Duschgel und Shampoo und wenn man in der Dusche steht, hat man einen tollen Blick über das Zimmer. Die Regendusche ist natürlich immer ein Highlight. Die Auswahl beim Frühstück lässt keine Wünsche übrig und man hat einen tollen Blick über die Stadt, da das Restaurant ganz oben im Hotel lokalisiert ist. Aufgrund der zentralen Lage des Hotels kann man eigentlich alles sehr gut zu Fuß erreichen, zum Beispiel auch den Ulmer Münster und in Umgebung gibt es einige an guten Restaurants. Diese Sendung des ZDF, 2020 Nummer 4 pro Jahr